Ich muss schon sagen, was die da drüben spielen, das scheint mir sehr amüsant zu sein. Ich wollte mich nicht dazusetzen, denn sie haben recht, Hauptsturmführer. Ein Offizier sollte sich nicht mit einfachen Soldaten verbrühten. Aber, da wir ja hier alle Offiziere sind, oder kultivierte Bekannte von Offizieren, wie wär's, wir spielen es auch? Ja, gerne, ein Spiel. Wunderbar. Soldaten, die Karten. Mir wurde die Gare. Danke. Schön. Also, Herrschaften, die Idee des Spiels ist es, den Namen einer berühmten Person auf eine Karte zu schreiben. Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle. Sie können zum Beispiel Konfuzius schreiben oder Doktor Fu Manchu. Erik! Mehr Stifte. Nur berühmt muss sie sein, nicht Tante Frieda. Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Karte verdeckt auf den Tisch und schieben Sie der Person Ihrer Rechten zu. Die, danke. Die Person Ihrer Linken schiebt Ihnen Ihre Karte zu. Sie nehmen die Karte auf, ohne sie umzudrehen. Befeuchten Sie mit der Zunge. So. Und kleben Sie sich vorn an die Stirn. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Amerikaner? Nein. Na ja, geht doch. Ich bitte dich, er ist doch eindeutig nicht in Amerika geboren worden. Aber ich habe Amerika besucht, richtig? Ja. War dieser Besuch erfreulich? Nicht für Sie. Könnte man mein Geburtsland als exotisch beschreiben? Ja. Das könnte ein Hinweis sein, auf den Urwald oder auf den Orient. Ich folge meinem ersten Impuls und frage, komme ich aus dem Urwald? Ja. Also Herrschaften, an dieser Stelle könnte man fragen, ob man real oder erfunden ist. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich bin, ich bin also im Urwald geboren. Ich habe Amerika besucht. Der Besuch war für mich nicht von Vorteil, aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Als ich aus dem Urwald nach Amerika kam, fuhr ich da mit dem Schiff? Ja. Geschah die Reise gegen meinen Willen? Ja. Ja. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten. Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt. Ja. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah. Bravo. Wirklich beeindruckend. Ja, ja. Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen Sie jetzt alle austrinken. Prost. Prost. Ja, ja. 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 Ja.